Uaaaaaah Ups War's Karbonit eingefroren Ah ok dann muss ich dir wahrscheinlich dagegen schmeißen Das kennen wir aus dem Star Wars Film für die Leute die den gesehen haben Der wurde ja der wie heißt der Han Solo in Karbonit eingefroren ja was wie heißen die blaue wieder du hast die leute gemacht du kann auch sein dass wir uns gleich unterbrochen werden wenn man fort kommt bald heim nicht wahr und dann platzt er sofort wieder rein und so habt ihr auch schon einige mal erlebt mit leute die meine let's plays häufiger sehen der scheint wohl kein großer fan von meinem let's play zu sein und der auch nicht okay was ist das? ach ne ATS Tische wieder oder ne das ist ein anderer Kampfläufer bist du ein Kampfläufer? jetzt ist aber gut hier ja 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 willst du mich nerven? dann such dir einen anderen nein! hä? zack geben kann ich den nicht oder? ne also schaden gibt ja bestimmt ich allerdings auch nehmen wir mal wieder unseren blitz und jetzt haben wir den nahkampf ich glaub das ist auch ein bonus wenn man die zerstört ohne vermutung hier bitte ein freiflug nein warte mal kurz ich habe ein geschenk für euch hier bitte nehmt es doch an nur keine schüchternheit ich hab extra alle euros von mir zusammengespart um euch dieses geschenk zu kaufen weißt du jetzt nimmt das an du nimmst mein geschenk nicht an oh eat this motherfuck so das kriegst du davon wenn du mein geschenk nicht annimmst okay nimmst du es vielleicht jetzt an? ach scheiße keine Macht mehr geh weg ich mag deinen Leser nicht du magst mein geschenk nicht und ich mag dein leser nicht so dass die gaffe und das ist noch eine rache zusätzlich er hat nicht mehr viel leben wirklich tot ja dieser jetzt was zum so bin ich wieder ist es wieder abgestürzt das programm ist abgestürzt ist keine ahnung warum fragt mir geht's mir ist es inzwischen egal gehen wir geht es weiter und wir haben lauter nach meinem haus ist ein bisschen verklemmt ok jetzt so der fliegt erst einmal ok ja ich würde übrigens gerne ein neues projekt starten dafür muss ich allerdings erst dieser vielfältig kriegen weil ich sonst zu viel für mich wird das heißt dass ich mir jetzt hauptsächlich konzentrieren werde ich es auf vier fertig zu also fertig hochzuladen fertig gemacht habe ich schon ich muss es nur noch hochladen aber es hat auch seine zeit ist es braucht auch seine zeit ich muss das noch zusammenschneiden das ganze zeug und dann dann geht es weiter mit einem neuen let's play es wird wahrscheinlich stronghold 2 sein oder ich weiß auch noch nicht muss ich mir noch entscheiden das werdet ihr ja schon sehen so ja war nicht schon wieder wirst du mich verarschen nix java java das gibt's doch nicht ja kein kommentar dieses verdammt er ist meint den scheiß schon zum vierten mal also wo waren wir waren bei den projekten die ich machen werde das dauers defrost anliege werde ich auch dann machen aber erst wenn ich die ganzen anderen projekte fähig habe die auf meiner liste zu sehen sind ich weiß nicht vielleicht werde ich also weiß noch was ich noch das klären würde ich habe eine menge spiele die ich das klären will aber ich will momentan nur noch nur die auf meine liste machen und wenn wir euch einfallen schreibe ich sie drauf ja gut dann zurück zum game machen wir erst mit diese diese schwuppeln hier fällig so bleibt es liegen kuschelparty du mit deinem scheiß blatter ich versuche jetzt so schnell wie es geht zu einem autosave zu kommen ich habe es nicht nur lust zum fünften mal zu machen das programm ist ziemlich sensibel das heißt wenn sich einmal eine anwendung und auf meinem computer öffnet dann stürzt es sofort ab und jetzt leckt gerade ob man dich jetzt geht es wieder lauf ich denn jetzt eigentlich hin egal ich schau jetzt einfach mal oder waren wir hier fangen die schuhe glaube ich oder ich weiß auch nicht mehr ich habe es ist so oft abgestürzt dass ich die orientierung verloren habe gota hinter dir ich rette dich ich rette dich baum man schreitet zur fahrt wo ist denn hier ein baum die bau stimmt die brauchen eigentlich sauerstoff und hier gibt es ja keine bäume oder habt ihr bis jetzt schon ein baum gesehen sehe ich nicht also in dieser landschaft meine ich auch für lucia gab es viele bäume ja aber hier gibt es gar keine bäume wie sollen da luft sein völlig unlogisch wenn man es so betrachtet und jetzt geht es wieder kann hier jemand das ist so eine mischung aus japanisch und russisch no geleitet geno-recorder zur landeplattform und wo ist sie at st oder kampfläufer kannst du mir sagen das sprengstoff ich glaube schon hallo kannst du sagen ob das sprengstoff ist ja es ist sprengstoff den habe ich ja vorhin mit einem ding abgeknallt das heißt vorhin das war gestern das habe ich noch mal eine aufnahme versucht ist allerdings abgestürzt wenn er welt ist gesehen jetzt machen wir diesen spaß erstmal kalt er geht mir gehörig auf die zeige was zum geht mir auf die nerven es geht mir aufs fleisch nachfüßigung mit der lanze ich bringe die lanze ins lot da bin ich doch glatt der lanze den spruch habe ich aus ich glaube dann habe ich auch warcraft 3g glaube also weiß ich gar nicht mehr so richtig gott wir sind fast froh seht euch zu sagen wir sind kurz vor sterben dieses level ist echt der hammer als mich als mich einfach wir müssen dorthin glaube ich oder und dann war's das level schon steh auf sis you're a sis not a pussy so du bist jetzt auf der lanze platzform oder warte ich stell dich wieder hin wie bitte oder bist du ein feind nee du bist kein feind den gibt es auch den leser wurf leser schwert wurft die attacke leser wurf schleuder attacke was auch immer gibt es auch in battle bei quatsch wenn ich viel daheim wie hier ist das battlefront hey wir sind doch hier auf der lande platzform oder da ist gar kein missionsziel angezeigt ist oder muss ich die erst ausschalten das könnte auch die erklärung sein warum da keine missionsziel angezeigt wird auch mit dem schulen leser mich ab da ist eine fähre holen holen ich habe bei meinen aufzeichnungen wie ich sehen habe gemerkt dass ich sehr viele solche sphären übersehen habe ich glaube drei habe ich übersehen habe ich gesehen das war knapp das brauchen wir sind kurz vor dem draufgehen wir müssen die sphäre holen was kommt ich dachte wir werden geheilt was ist denn das für eine scheiße hier was wird denn das ja 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 oh man was denn jetzt los schlimmer kann es nicht mehr kommen ok jetzt kann doch noch schlimmer kommen das level nervt mich ich weiß jetzt wie ich die überschrift nenne wie sie heißt schaut oben nach dann wisst ihr wie ich sie nennen will das Number Der aufsch edel Entschuldigung war keine absicht was glaube ich das war absicht ha 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 naja das scheint's nicht mehr auf zu stürzen Und jetzt bitte aktivieren Sie das Kaspersky Update, um Zugriff auf Kaspersky bzw. Java zugreifen zu können. Und diese Nachricht erscheint, um Kevin Let's Play einen Strich durch seine Aufnahme zu machen. In Klammer, haha, mit freundlichen Grüßen, das ihr Java Team. Ja, ich glaube ich muss ein bisschen lauter reden, weil in der letzten Aufnahme ist es auch wieder nicht so laut rüber gekommen. Ich habe auch schon ein bisschen leiser gemacht, habe immer nur geschaut, ob es wirklich so... Was zum? Ab sofort hasse ich diese Dinger. Was denn? Der Paris Hilton ist nicht da, ja? Außerdem ist es egal, als ob du so geil, dass du Bierer da auf eine runterholen musst. Was? Was ist das? Attack! Ich hasse diese... Diese, 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 ihr wisst schon, ne? Wie heißen die Viecher? Kampfläufer, ja, aber... Die Viecher, die ja auf den Kampfläufer... ...zroben sind! Erst mit der Scheiß. Wenn ich neu verliere, denke ich den Schwierigkeiten, gerade weil ich keinen Bock mehr auf die Slayer habe. Boah, jetzt guck ich schon wieder ab, ey. Was ist denn das? Was muss ich eigentlich machen? Nervt mich nicht mit deiner Scheiß-Laserpistole. Bist du jetzt cool oder was? Hä? Gehen Sie, Ghetto und spiel GTA oder so'n Scheiß. Wenn du cool sein willst. So, es verpissst dich. Ich glaub, der macht am meisten den. So, fick dich einfach. Gut. Ja, verpeilt, was? Bist du der? Ja, ja, ja. Das war ein Geständnis. Okay. Das war das Geständnis und jetzt bist du tot. Ja. Willst du dich mit mir anlegen? Du, wenn ich sauer bin, kannst du was erleben. Wobei du kannst jetzt schon was erleben. Ui, bist du zu... Was jetzt? Was? Nix da. Ich will dir was sagen. Ich bin jetzt so sauer auf dich. Hier, bitte. Alles Gute zum Wallenstieg. Schon wieder diese, diese, diese Ghettos länger.